Wenn für die Welt keine Hoffnung besteht, warum machst du dann weiter? Du hast die Welt nicht gesehen. Du hast keine Ahnung. Man macht weiter für die Familie. Und ich gehöre nicht dazu. Nein. Du bist eine Fracht. Wieso bist du so wichtig? Irgendwo im Westen arbeiten sie an einem Heilmittel. So richtig beeindruckt hat sie, dass ich mich nicht in ein Ungeheuer verwandelt habe. Wenn sie auch nur einmal zuckt. Lass es. Wenn ich dich mitnehme, wirst du tun, was ich sage, wenn ich es sage. Hast du einen Rat, wie wir gehen sollten, wenn wir nach Westen wollen? Ja, geht nach Osten. Wenn du so weit gekommen bist, weißt du, was da draußen ist. Ihr macht uns keine Angst. Bei ihm hat's geklappt. Du hast eine Bestimmung, die größer ist, als wir hätten ahnen können. Sei vorsichtig, wem du vertraust. Du bist vielleicht nicht ihr Vater, aber du bist ein Vater. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Vertraust du mir? Untertitelung des ZDF, 2020